Ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal beim Prieberberger Weihnachtszauber bin und ich wollte hier schon immer mal aufreden. Ich habe gehört, es ist ein super Publikum hier und ich würde gerne wiederkommen beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Man müsste, glaube ich, spielen können, der Klavier spielt ein Glück bei dem Baum. Denn er kam mit Tönen, den Lausen, den schönen Laufstuhl der Liederbau. Untertitelung des ZDF, 2020